Das vom Sozialministerium geförderte Projekt Into MINT Goes LSA will mir Mädchen und junge Frauen für sogenannte MINT-Fächer begeistern. Das heißt Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Der Anteil von Frauen an den Beschäftigten, die in Sachsen-Anhalt in MINT-Berufen arbeiten, beträgt aktuell nur 18 Prozent. Um das zu ändern, startete an der Hochschule Anhalt ein Projekt. Partner ist die Koordinierungsstelle für Genderforschung und Chancengleichheit. Kernelement des Projektes ist eine Smartphone-App, die Into MINT-App, die sich insbesondere an Mädchen und junge Frauen richtet. Dahinter verbergen sich 140 MINT-Aktivitäten, die spielerisch das Interesse an den Fächern wecken sollen und mit der Berufs- und Studienorientierung verknüpft ist. Das Projekt soll einen Beitrag zur nachhaltigen Fachkräftesicherung leisten. Mehr Informationen sind zu finden unter www.intomint.de